Ja, vielen Dank für die Einleitung, für die schönen Worte. Ich bin heute früher auch schon mal die Runde hier durch die Region gefahren, weil ich habe tatsächlich früher noch am Weichselgarten angefangen, habe mir das angeschaut, wie das da aussah. Ich wäre froh, wenn heute Wissensmanagement in aller Munde wäre. Ich sage immer, es ist so ein Zombie-Thema. Das wird jedes Jahr wieder für tot erklärt. Es kommt so das nächste große Ding. Die Enterprise 2.0, Office 365, Blockchain, Metaversum, jetzt gerade generative KI, natürlich ganz groß. Aber man stellt so fest, dass die dahinterliegenden Mechanismen eigentlich immer mit dem Umgang mit Wissen zu tun haben. Und deswegen glaube ich, auch wenn ich bis zum Ruhestand noch ungefähr 17 Jahre Zeit habe, dass das ein Thema ist, was uns auch die nächsten Jahrzehnte noch beschäftigen wird. Und witzigerweise, Sibylle, der Mensch an der Sparkasse, wo wir damals unser Firmenkonto eröffnet haben, als ich vorgelesen habe, was unser Firmenzweck ist, sein erster Satz, das war so ein Urfranke, war, und damit kann man Geld verdienen? Also die Tatsache, dass wir heute bald 25 Jahre existieren, zeigt ja. Und natürlich haben wir ein paar Treiber jetzt aktuell, Stichwort demografischer Wandel. Wir haben in der Industrie werden bis 2030 12 Millionen Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. Und anders als es früher war, als sozusagen der Firma die Hauptproduktionsfaktoren gehört haben, die Maschinen, die Fabriken, und man sozusagen Leute sehr schnell hineinbekommen hat in die Fabrik und die in ganz kurzer Zeit angelernt hat. Vielleicht kennt ihr den Film Moderne Zeiten von Charlie Chaplin. Also ich wäre sehr schnell angelernt, so ein paar Schraubengriffe zu tun. Deswegen sieht es heute komplett anders aus. A, finde ich schon mal die Leute gar nicht mehr, die ich schnell anlernen kann, Stichwort Fachkräftemangel. B, wenn die Menschen jetzt zum Beispiel in den Ruhestand gehen oder in den Sabbatical gehen oder die Stelle wechseln oder was auch immer, dann nehmen die den Produktionsfaktor mit. Weil nicht mehr das Wissen in der Maschine steckt. Sondern alles, was wir so an Instrumentarium verwenden, ist heute, sagt man, Commodity. Also das kann ich einkaufen. Alle Notebooks, die ihr habt, alle Räumlichkeiten, die gemietet sind, kann man auf dem Markt einkaufen. Gerade ein Land wie unseres, wie Deutschland, das Land der Dichter und Denker. Wir haben als einzige Ressource unser Wissen. Wir haben sonst nicht viel anderes. Und ich denke, unsere Position im Wettbewerb in Zukunft, wie es unseren Kindern gehen wird, da hängt einfach sehr viel davon ab, wie gut wir mit dieser Ressource umgehen und wie gut wir die auch nutzen. Nutzen ist nicht nur verwerten im Sinne von Geld damit verdienen, sondern eben auch die Wurzeln pflegen, die dann dazu führen, dass später mal die Früchte eben entsprechend daraus werden. Ja, was habe ich euch mitgebracht? Zum einen mal vielleicht nochmal ein bisschen zu mir. Ich hatte es gesagt, ich bin aktuell im 50. Lehrjahr. Das ist also ein Aspekt des lebenslangen Lernens. Die Lehre hört eigentlich nie auf. Ich habe eine Tochter, sehe da gerade, wie die so in die Wissensgesellschaft reinwächst. Ich habe hier an der FAU Elektrotechnik studiert, was vielleicht wichtig ist im Nebenfach Philosophie. Das hat mich so ein bisschen auf diese ganze Wissensschiene, griechische Philosophie geführt, auch wenn ich da gar nicht so viele Stunden hatte. Aber ich fand es eigentlich immer spannend, wie geht man in Gesellschaften mit Wissen um? Was sind die Institutionen, die Wissen produzieren? Wer hat Zugriff auf Wissen? Wer kann das nutzen? All solche Fragestellungen. Ich habe, wie Siebille gesagt, dann als Werkstudent hier angefangen. Wir haben gerade diskutiert. Also ich glaube, der Thomas von der Grünen und HF war das Erste. Ich hatte da so mit LPKF-Fräse und SMD-Bausteine drauf gelötet und so angefangen. Und bin dann über ein Projekt, was zum Fraunhofer IAO kam, zum Thema Wissensmanagement gekommen. Da ging es darum, so Lotus Notes einzuführen. Keine Ahnung, ob es das noch gibt heute. Das war auch so 96, 97 oder so. Und fand es eigentlich spannend, meine Diplomarbeit zu dem Thema zu schreiben. Und das war auch gar nicht so leicht, weil man irgendwie natürlich in einem Elektrotechnikstudiengang nicht so einfach eine Diplomarbeit zu Wissensmanagement schreiben kann. Deswegen, ich habe sie mitgebracht, waren das vier Zeilen im Titel. Und die hieß Entwurf und prototypische Realisierung eines mit der Beschreibungssprache XML erstellten Werkzeugs für die Verwaltung informationstechnischen Wissens. Das war die Klausulierung, um das quasi durch den Ausschuss zu bekommen und zu dem Thema Diplomarbeit schreiben zu können. Na, Sekunde. Genau, wir hatten damals am Weichselgarten, gleich nebendran war der KI-Lehrstuhl, Informatik 8, die haben gerade daran gearbeitet. Es gibt in der KI, gibt es eine Methodik, die nennt sich Knowledge Engineering. Da versucht man quasi Wissen von Menschen auf Maschinen zu übertragen. So was wie, die haben damals so Sachen gemacht wie eine Hotline, wo Eltern anrufen können und dann kriege ich ein paar Fragen gestellt vom Sprachcomputer und dann wird sozusagen entschieden, ob ich mit meinem Kind zum Arzt muss oder nicht. oder für Kreditkartenfirmen, um zu erkennen, wo liegt Betrug vor. Ich versuche mal Interviews zu führen mit den Detektiven, die die Fälle ermitteln und dort Regeln abzuleiten, wie ich dann sozusagen Kreditkartenbetrug erkenne. Und die haben damals so in späten 90er Jahre, 95, 96, 97 angefangen mit Audi zu arbeiten. Also so ab Mitte der 90er ist Wissensmanagement von USA, da war es zehn Jahre vorher schon Thema, 84, 85 ein Thema geworden. Und in der Industrie haben die großen Firmen angefangen, quasi eigene Wissensmanagement-Abteilungen aufzubauen. Und die hatten sehr viele Projekte in dem Bereich Knowledge Engineering. Gar nicht so sehr, weil sie wie heute viel Fluktuation haben, sondern sie hatten das andere Problem. Sie haben jedes Jahr 700 Ingenieure eingestellt. Und die Frage war, wie kriege ich die so schnell wie möglich von Uni-Wissensstand auf Audi-Wissensstand? Und jeden Monat, den ich diese Zeit verkürze, verschafft mir einen Wettbewerbsvorteil gegenüber BMW, Daimler und anderen. Heute vielleicht Tesla. Also das war so der Ansatz. Und das war damals so, ja, da war so viel Nachfrage, dass ich mit dem Michael Müller, der war damals der Institutsleiter dort, unter dem Professor Steuern gesagt haben, wir gründen das aus und haben das quasi 2001 als Firma ausgegründet und haben so aus der Historie relativ viel mit Engineering-Branche zu tun. Also sehr viel Automobil, von Audi ausgehend in Richtung VW, in Richtung auch der Lieferkette, Bosch, Continental, Johnson Controls und daneben auch in chemischer Industrie, Software Engineering. Also in das, was man eigentlich so wissensintensive Branchen nennt. Da komme ich nachher noch ein bisschen drauf, was ist eigentlich eine wissensintensive Branche. Wir haben, als wir 15 Jahre alt geworden sind, 2016, das kann man auch aus Fraunhofer zurückführen, weil ich damals schon spannend fand, diese ganze Lizenzthematik. MP3 war ein Riesenthema, Napster kam auf. Also so dieses Verwertbarkeit von Wissen. Auf der einen Seite zu sagen, wie schaffe ich das, mit meinem Wissen Geld zu verdienen? Dann bin ich bei so Markenrecht, Urheberrecht, Patentrecht. Auf der anderen Seite, wie schaffe ich es aber auch, das Wissen möglichst frei, möglichst vielen Leuten zugänglich zu machen? Und da haben wir eben gesehen, dass wir nach 15 Jahren ganz viel von unserem Know-how versteckt war in Laufwerken, in Präsentationen. Klar wurde da mal mit dem Unternehmen auf einer Konferenz ein Fallbeispiel vorgestellt, aber das kennt ihr vielleicht auch. Wenn man auf einer Konferenz was erzählt, klingt das immer alles so, als ob alles super geklappt hat und alles ist im Zeitrahmen geblieben. Und es gab keine Widerstände. Und wenn man dann mit Leuten beim Kaffee gesprochen hat, dann hat man erzählt, das ist alles total schief gegangen und das hat gar nicht funktioniert. Und dieses Wissen war quasi oder ist nicht verfügbar und auch gar nicht geschlossen über alle Projekte verfügbar. Und wir haben dann 2016 diese LernOS-Bewegung gestartet, wo wir gesagt haben, wir durchforsten mal. Und bis dahin hat das Projektarchiv 340 Projekte zu Wissensmanagement und publizieren dieses Know-how unter offen verfügbaren Leitfäden und einer sogenannten Creative Commons Lizenz. Das ist so ähnlich wie eine Open Source Lizenz bei Software, damit es einfach jemand, der möchte, nutzen kann. Weil ich persönlich halt sehr stark davon überzeugt bin, dass wir hier in Deutschland bei 40 Millionen Beschäftigten, von denen man ausgeht, ein Drittel sind ungefähr sehr wissensintensiv arbeitende Menschen und irgendwas um die 200.000 Unternehmen ganz, ganz viel Know-how über Wissensmanagement brauchen wird in den nächsten Jahrzehnten, weil wir, kann man schon sagen, so ähnlich wie es beim Internet auch war, so ein bisschen die großen Wellen immer verpennen. Also das, was so in den 80er-Jahren Untergang der amerikanischen Automobilindustrie war. Vielleicht habt ihr gesehen, wer jetzt so bei der EM Werbung auf der Bande geschaltet hat. Da war kein Daimler und kein Audi, sondern da war B by D. Und wenn man gerade anschaut, wer hat nach USA die meisten Patente im KI-Bereich, sind da auch nicht die Europäer vorne, sondern das ist Asien und China insbesondere. Und ich glaube, da können wir einfach als Land sehr viel dazu tun, unser Wissen auch noch, also das Wissen, was wir schaffen, in die Breite zu bringen, zu nutzen für uns selber, aber eben auch für andere. Darüber raus bin ich in verschiedenen Communities aktiv. Was mich sehr stark geprägt hat, ist Chaos Computer Club auch. Das ist relativ, also sehr technikzentriert, gibt es auch seit 1984 und tendenziell eher linksliberal angesiedelt, würde ich sagen. Also sehr viele Dinge wie so kritischer Blick auf Umgang mit Personendaten, also so ein Prinzip in der Hackerethik zum Beispiel, offene Daten nutzen, private Daten schützen. Das sind alles Dinge, die mir auch sehr wichtig sind, wo im Moment man schon das Gefühl hat, dass in jeder Hypewelle sozusagen jeder versucht, die mitzureiten und zu kommerzialisieren. Und das, wofür wir als Land ja sehr stark kritisiert werden, dass wir an vielen Stellen die Bremser sind, was Datenschutz angeht. Der AI-Act jetzt eher Bürokratie ist, der uns aufhält. Glaube ich schon so dieses Innehalten ist und drüber nachdenken, was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn wir den Weg gehen und nicht einfach blind erst mal gehen und ausprobieren und dann auf die Nase fallen. Wer mag der QR-Code, ist mein LinkedIn-Profil, gern vernetzen. Dann kriegt er da so ein bisschen mit, was die Dinge sind, die wir so tun. Ja, was habe ich euch mitgebracht? Zum einen Mal, falls ihr Zwischenrein Fragen habt, einfach meldet euch. Dann werfe ich euch den Würfel zu. In der Sack steckt das Mikrofon und dann könnt ihr eure Frage stellen. Und ihr müsst keine Folien abfotografieren. Ihr kriegt die PowerPoint-Files hinterher und das Video entsprechend. Ich habe gedacht, ich mache einmal so einen kleinen Abriss. Wissensmanagement, Big Picture. Also wo kommt das eigentlich her? Warum glaube ich persönlich, dass wir uns im 21. Jahrhundert mit dem Thema weiter beschäftigen müssen? Das ist ja jetzt so nicht gerade das hippeste Thema, wenn man in die Presse schaut. Aber es ist ein Thema, was halt im Hintergrund immer da ist, nicht tot zu kriegen ist. Dann will ich ein bisschen was erzählen über Wissensmanagement-Standards, weil das für mich auch so ein Lackmustest ist quasi. Ist irgendwas so ein Hype und der geht wieder weg? Oder fließt es in Standards ein? Nein, da gibt es durchaus mittlerweile einige, die man jetzt, wenn man Wissensmanagement sich tiefer mit beschäftigen will oder es ausbauen möchte, worauf man sehr gut aufsetzen kann. Auch wenn die nicht so ganz konsumentenfreundlich sind. Also Standards kennt ihr ja wahrscheinlich. Das ist viel Text und wenig Bild und sehr nüchtern. Aber da steckt sehr viel gebündeltes Know-how drin. Ich würde ein bisschen was erzählen über technikzentriertes Wissensmanagement, weil das so ein bisschen der Reflex ist. Insbesondere auch bei uns hier im deutschsprachigen Raum geprägt, dadurch, dass die Hauptwissensmanagement-Konferenz von der Bitkom seit 1998 quasi eine Konferenz ist, die von Technikanbietern gemacht wird. Also da sind die Microsofts, die Oracles, die SAPs vertreten. Und die erzählen uns natürlich die ganze Zeit, kauft unser Produkt XY für das Eininstalliertes und dann sind eure Wissensprobleme gelöst. Und das erzählen sie uns jetzt aber schon 20, 25 Jahre. Das heißt, das ist wahrscheinlich nicht die ganze Wahrheit, was sie uns da erzählen. Und da will ich eben auch ein bisschen was dazu sagen. Dann so ein bisschen das große Problem, was ich sehe, der Wissensinseln. Also das Problem an vielen Stellen ist gar nicht, dass das Wissen nicht vorhanden ist, sondern durch verschiedene Aspekte wie verteilte Standorte. Corona hast du angesprochen. Wer ist im Homeoffice? Wer trifft sich? Wir haben damals gemerkt, als wir Weichselgarten hierher umgezogen sind. Weichselgarten war ja so ein schöner Rundkreis. Man ist vorne die Treppe hochgekommen, da war der Druckerraum. Und genau auf der gegenübergesetzten Seite war der Kaffeeraum. Und das heißt, man ist eigentlich den ganzen Tag Leuten über den Weg gelaufen und hat die getroffen und es kam zu Gesprächen. So diese Serendipity-Effekte nennt man das im Wissensmanagement. Zufällige Begegnungen. Und in dem Moment, wo ich dann in so eine Fingerstruktur von den Räumlichkeiten gehe, jeder hat eine eigene Druckstation. Auf einmal reißen da Wissensflüsse ab. Und das gar nicht absichtlich, sondern einfach durch die Architektur außenrum. Und natürlich auch mit der Verteilung der Institute. Damals kam Ilmenau, die ersten sind nach Fürth gezogen, Nürnberg. ATL hieß es, glaube ich, damals noch. Irgendwas mit Logistik wurde aufgebaut. Merkt man halt. Eigentlich haben wir die gleiche Visitenkarte. Da kriegt man in Weichenfels ein Bier dafür. Aber man trifft die Leute nicht mehr. Und man hat nicht mehr Zugriff auf das Wissen entsprechend. Also das ist so ein bisschen das Problem, woran wir auf ganz vielen Stellen arbeiten mit den Organisationen. Und dann habe ich mal so mitgebracht, weiß nicht, ob ihr das aus dem Innovationsmanagement kennt. Da gibt es so die Metapher des Teller Spaghetti. Es gibt ja immer ganz viel so Methoden, Tools, Ansätze, Ideen. Und so ähnlich wie wenn man einen Teller Spaghetti an die Wand wirft und mal später schaut, was bleibt denn kleben. Das sind so die Sachen, die übrig bleiben. Also die Dinge, die jetzt übertragen aufs Wissensmanagement mal ein Jahrzehnt in einer Organisation überlebt haben. Oder einen Vorstandswechsel überlebt haben. Oder eine Wirtschaftskrise überlebt haben. Also was sind die Dinge, die 2007, 2008 die Wirtschaftskrise überlebt haben. Und das sind so Indikatoren dafür, was eben in der Praxis so gut funktioniert, dass viele Leute sagen, das wollen wir auf jeden Fall beibehalten. Auch wenn die Zeiten jetzt nicht mehr so gut sind oder der Vorstand eigentlich was anderes wird. Genau, und dann haben wir noch genug Zeit für Fragen und Antworten. Und ich bin am Nachmittag auch noch da. Also falls die Arbeitsgruppen, Kleingruppen, die sich mit den Themen beschäftigen, da noch Fragen haben, kann ich da gerne mit dazu kommen. Also vielleicht mal so ein paar Sätze, große Linie. Übergang der Gesellschaften, Agrarindustrie in Wissensgesellschaft, mit dem Übergang Agrar in Industriegesellschaft, das war ein sehr harter Cut. Das war sozusagen der Cut, wo wir, jeder baut die Dinge, die man fürs eigene Leben braucht, selber an. Der Arbeitsort ist gleich dem Wohnort, nämlich ein Bauernhof in der Regel irgendwo nach der Selbsthaftwerdung. Und das hat sich mit der Industriegesellschaft massiv geändert. Das heißt, auf einmal war der Arbeitsort ein anderer Ort. Und ich musste mich nicht mehr meinem eigenen Zeitregime unterwerfen, sondern ich habe sowas wie eine Taktung, wie Schichten, Kernarbeitszeiten als solche Begriffe. Witzigerweise der Aspekt ist durch die Pandemie wieder rückgewickelt worden, dass auf einmal jetzt und wahrscheinlich auch bei euch heute zum großen Teil der Arbeitsort, zumindest an ein paar Tagen der Woche, wieder der Ort geworden, wo man lebt oder jeder beliebige Ort. Durch Digitalisierung kann das ja heute Wissensarbeit in jedem beliebigen Ort stattfinden. Und dann jetzt eben etwas schleichender, weil es frisst sich so in die Industriegesellschaft rein, der Übergang von Industrie in Wissensgesellschaft. Ich habe mal eine Definition von dem Martin Heidenreich reingenommen, der sagt, in einer Wissensgesellschaft werden bestehende Regeln und Normen durch Lernprozesse kontinuierlich infrage gestellt. Das heißt quasi, wir kommen in Situationen, Corona kommt, generative KI kommt, Wettbewerb aus Asien kommt. Wir müssen viel, viel schneller, als es früher war, lernen, damit umzugehen. Und die Menschen, Organisationen, Länder sind erfolgreich, die diese Lernprozesse eben sehr dynamisch hinbekommen. Das kann man auch auf Organisationen übertragen. Wenn ich jetzt sage, ich muss das so und so machen, weil es in der Prozessbeschreibung steht oder weil wir es schon immer so gemacht haben, ist das in Umfeldern, die sich schnell ändern, keine gute Idee. Das funktioniert so lange gut, wie lange all meine Wettbewerber das ähnlich schlecht oder ähnlich langsam machen. Sobald ich aber einen Wettbewerber habe, der schneller ist, Automobilindustrie, Tesla zum Beispiel, habe ich da ein Problem. Und das spüren wir heute in verschiedenen Industrien. Und das kann man natürlich runterbrechen auf eine Organisation. Auch in einer Organisation ist es so, dass ihr natürlich alle, ihr forscht, ihr macht Projekte, ihr lernt, ihr lest Dinge, ihr lest Paper, lernt Dinge. Je schneller ich das sozusagen vergemeinschaftet bekomme und genutzt bekomme durch viele, desto erfolgreicher lerne ich eben als Organisation. Und das ist so ein bisschen das Leitbild auch des Wissensmanagements, die Lern der Organisation. Also quasi eine Organisation nicht als ein starres Gebilde zu begreifen, sondern eher als ein organisches und adaptives Gebilde zu begreifen. Vielleicht auch noch ein Satz zu wissen, als kleine Kontribution zum Philosophie-Nebenstudium. Die Philosophie hat es in zweieinhalbtausend Jahren nicht geschafft, sich auf eine Definition zu einigen. Deswegen werden wir das heute auch nicht schaffen. Nichtsdestotrotz glaube ich, aber es ist wichtig als Organisation, sich eine Definition zu geben, zumindest eine Arbeitsdefinition. Und was in ganz vielen Fällen gemacht wird, ist einfach Wissen mit Daten oder Informationen gleichzusetzen. Und das führt immer in die Irre. Also so dieses, naja, wir haben jetzt dieses Wiki, da steht ja das Wissen drin, muss man nur noch nachgucken, wo es steht, fertig. So, und dann setze ich aber mal neun Mitarbeiter an dieses Wiki ran und stelle fest, dass der natürlich nicht das machen kann, was er machen muss. Weil eben ganz große Diskrepanz ist zwischen dem, was da steht, was der überhaupt versteht von dem, was er liest, welche Hintergründe er kennt, welches Wissen noch bei den Leuten im Kopf ist, die in das Wiki was reingeschrieben haben. Und deswegen finde ich, irgendeine Definition zu wählen, die immer dazu führt, dass Wissen erstmal an Menschen gebunden ist und nicht an Inhalte und nicht an Dokumente, hilft einem nicht, in diese Sackgasse reinzulaufen. Jetzt gibt es natürlich so Wissensarten wie deklaratives Wissen, also Zahlen, Daten, Fakten, die sind der Dokumentation sehr gut zugänglich. Also wenn ich wissen will, was ist die Hauptstadt von Frankreich, schaue ich in die Wikipedia und da steht es und dann weiß ich das. Wenn ich aber jetzt zu einem komplexen Thema etwas wissen will, wo es vielleicht um Erfahrungen geht, wo ich wissen muss, okay, die letzten zehn Jahre haben wir das und das und das probiert, das hat nicht geklappt, das hat schon geklappt, da wird es eben schwierig. Das Zweite wird auch Sokrates zugeschrieben, ich weiß, dass ich nicht weiß. Das ist ein schöner Wikipedia-Artikel dazu, viele zitieren das mit, ich weiß, dass ich nichts weiß, das ist ja fast so nihilistisch. Ich weiß, dass ich nicht weiß, bedeutet, dass das Wissen, was ich jetzt habe, in der nächsten Sekunde schon wieder überholt ist, weil irgendjemand auf der Welt eine neue Erkenntnis hat zu dem Thema. Also Wissen ist ein dynamischer Prozess, ist was, was sich ändert. Ich schmeiße mal, ich gebe mal da den Würfel ganz nach hinten, was sich ändert und das heißt, in dem Moment, wo ich was auf eine Wiki-Seite geschrieben habe, kann es sein, dass es schon zehn Minuten später eigentlich veraltet ist. Und das passt natürlich zu so Qualitätsmanagement, Prozessbeschreibungen, Freigabeprozesse und so nicht oder nur schlecht. Genau, ich habe, das lese jetzt nicht im Detail vor, aber ich habe einfach mal aus der Diplomarbeit mal so ein paar der Definitionen, mit denen wir damals gearbeitet haben, rausgenommen. Ich weiß nicht, ich habe es jetzt im Vorfeld mal durchgelesen, das sind alles Dinge, wo ich sagen würde, würde ich heute noch unterschreiben. Also zu sagen, Wissen ist die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen und Teams zur Lösung von Problemen einsetzen können. Da ist vielleicht etwas Spannendes drin, es gibt im Deutschen keine schöne Entsprechung zu Know-how. So etwas wie Wissen wie, das klingt immer schwierig. Das ist aber durchaus halt ein Bestandteil. Also Know-why, Know-how, Know-what, Know-who. Das sind so vier ganz typische Kategorien, die in englischsprachiger Wissensmanagement-Literatur verwendet werden. Bei uns wird Wissen sehr oft auf dieses Know-what oder dieses deklarative Wissen, was ich zwischen Buchdeckeln aufschreiben kann, reduziert. Und diese Fähigkeiten, dass es Wissen gibt, was ich über Dokumentation überhaupt nicht übertragen kann. Also keiner kann ein Buch schreiben, das seinen Kindern geben und die können dann Fahrrad fahren. Dafür muss ich nämlich üben, muss vielleicht auch mal auf die Nase fallen. Und dadurch erlerne ich das prozedurale Wissen. Und keiner kann sich ein Kochbuch kaufen und wird damit Sternekoch. Da muss ich irgendwie zu einem Meisterkoch gehen, mir das von ihm abschauen, von ihm Feedback einholen. Also das sind alles Prozesse, wo eben Dokumentation nicht reicht. Und so gesehen, die dritte Definition Wissensmanagement umfasst alle Anstrengungen, die unternommen werden, um Mitarbeitende mit dem Wissen zu versorgen, das sie benötigen, um für die Organisation mit optimaler Effizienz tätig zu sein. Ich will vielleicht heute den Klammern noch stellen, für einen selber als Wissensarbeiter, Wissensarbeiterin ist es auch ein sehr befriedigendes Gefühl, kompetent zu agieren. Und das Gefühl zu haben, auf dem Stand der Zeit zu sein und nicht irgendwie auf veralteten Wissen zu operieren. Also so Stichwort Überlast, Arbeitsverdichtung. Wir haben ganz viele Projekte, wo es darum geht, dass Leute, es werden eigentlich immer weniger Leute in der Belegschaft, die da bleiben müssen, immer mehr tun in der gleichen Zeit. Und wenn ich das da schaffe, eben durch Know-how produktiver zu werden, dann bin ich halt um 17 Uhr im Biergarten und nicht um 19 Uhr noch im Büro und am PC. Also, Herr Mack kann da mal reingucken. Ich habe noch so ein paar Stellen, wo ich einfach versuche, euch so ein bisschen mitzugeben, dass so die zugrunde liegenden Themen im Wissensmanagement eigentlich in den letzten 20, 30 Jahren gar nicht so sehr geändert haben, auch wenn die Tools und die Methoden, mit denen man arbeitet, natürlich ganz anders sind. Ja, warum glauben wir daran, dass das auch in den nächsten Jahren ein Thema bleiben wird? Also, wenn man mal so an die Anfänge großer Organisationen zurückgeht, im Bild, Tim Lissi von Ford. Was man da gemacht hat, quasi in Industrialisierung, im Taylorismus, Scientific Management, wie es eigentlich hieß, war so die Trennung von Hand und Kopfarbeit. Also die Leute, die das Wissen hatten, wie irgendwas gemacht wird, waren nicht die Leute, die irgendwas ausgeführt haben. Der Ford wusste, wie die Tim Lissi zu bauen ist, in welchen Schritten. Die, die am Fließband den zusammengeschraubt haben, das waren sozusagen andere Leute. Und das wurde erst relativ spät, auch Ende der 60er Jahre, von Peter Drucker adressiert. Der hat gesagt, der Wissensarbeiter ist die Person, die über den eigenen Job besser Bescheid weiß als der direkte Vorgesetzte. Nicht mal mehr der direkte Vorgesetzte weiß so viel über den Job wie der Mitarbeiter selbst. Und das ist etwas, was eigentlich komplett das Gegenteil ist zu dem, wie Industrialisierung angefangen hat. Es gibt so ein paar Beschleuniger. Also auf der einen Seite Digitalisierung, muss das Gesetz und so, da sage ich euch nichts Neues. Wir haben einfach sozusagen auf der einen Seite, was Rechenkapazität, Bandbreiten angeht, aber auch Anzahl der verfügbaren Daten massiv aufgestockt in den letzten Jahrzehnten. Das ist immer dieses Verdoppelung, alle 18 Monate läuft man auf so exponentiellen Kurven. Und wir haben gleichzeitig, was so ein bisschen immer nicht im Blick ist, auch bei der Bevölkerungsentwicklung exponentielle Kurven. Und wir wachsen nicht nur sehr schnell global, sondern wir verdichten auch noch, also Stichwort Urbanisierung. Und sowas wie Silicon Valley ist einfach entstanden, weil ich auf sehr dichter Fläche eine Uni mit Stanford und Geldgeber und Leute mit schlauen Ideen zusammenbringe. Und die essen Mittag zusammen, die teilen sich die gleichen Büros. Und da entstehen einfach viele neue Dinge. Und das hat dann zu etwas geführt, was man in US Army War College 91 die VUCA-Welt genannt hat. Also eine Welt, die sich für uns erstmal sehr, ja vielleicht unsicher, volatil, da ändert sich viel, die ist komplex. Ich kann da nicht mehr so richtig durchschauen. Also ich muss ständig anfangen, mich mit neuen Situationen auseinanderzusetzen. So dieses, was vielleicht auch noch meine Eltern mir gesagt haben, naja, jetzt studierst du Elektrotechnik und dann gehst du zu Siemens, bis du in die Rente gehst. Das ist irgendwie so gefühlt. Alle zwei, drei Jahre hat man irgendwie ein großes neues Thema vor der Brust. Bis hinzu mache ich eigentlich noch das Richtige, verwende ich meine Lebenszeit richtig. Das ist was mit dieser VUCA-Welt gemeint ist. Und das führt dazu, ich weiß nicht, wie die Zahlen aktuell aussehen, aber man sagt so, in einer entwickelten Gesellschaft, OECD-Länder, hat man ungefähr so irgendwas zwischen 25 und 35 Prozent der Menschen, die sehr wissensintensive Arbeit machen. Die typischen moderne Zeiten-Arbeiter, also wenn man mal Audi in die Produktion schaut oder so, da gibt es sehr, sehr wenig Menschen nur noch, sehr viele Roboter, sehr viel Automatismen. Das sind sehr viele Leute, die klassisch White-Color-Work machen, aber nicht sehr wissensintensiv. Und es gibt eben so ungefähr 35 Prozent, die sehr wissensintensiv arbeiten. Das Bundesinstitut betriebliche Bildung hat mal über alle Berufsklassen, die haben, glaube ich, die 480 oder wie viele sind Berufsklassen, die das Arbeitsamt verwendet, analysiert auf den Grad der Wissensintensität. Und das ist so die Kategorisierung, die da rauskommt. Also das heißt, wenn ihr fremde Arbeitsprozesse organisiert, Klammer auf, Manager, Führungskraft seid, seid ihr Wissensarbeiter. Wenn ihr forscht oder entwickelt, seid ihr Wissensarbeiter. Wenn ihr ausbildet und Leuten was beibringt, seid ihr WissensarbeiterInnen. Wenn ihr recherchiert, dokumentiert, Informationen sammelt und so weiter. Also ich glaube, wenn jeder mal so seinen Arbeitsalltag durchgeht, könnte ich mir vorstellen, am Institut wie dem hier, wenn es so ist wie damals, habt ihr eine Anzahl von deutlich über 35 Prozent WissensarbeiterInnen in der Belegschaft. Genau, also das ist so letzte Folie zum Big Picture. So ein bisschen die Grunde, die wir haben beim Übergang von Industrie in Wissensgesellschaft, geht es eben darum, als Führungsaufgabe, also eine Top-Down-Aufgabe, Organisationen zu gestalten, die das Lernen im Arbeitsalltag ermöglichen und zwar über alle Grenzen hinweg. Was die Grenzen da so sind, da werde ich gleich noch was dazu sagen. Aber diese Lernprozesse zu fördern und zwar nicht im Sinne von Seminare, Schulungsprogramme auszurollen nur. Da gibt es die 70-20-10-Modell, wurde mal entwickelt von DEC. Die haben herausgefunden, nur 10 Prozent von dem, was wir für unsere Arbeit brauchen an Wissen, haben wir aus einem Seminar oder einer Schulung oder einem Training. 20 Prozent haben wir von anderen. Also so, ich weiß noch, wenn ich ein Problem hatte, laufe ich zu Wolfram ins Büro und sage, hattest du es schon mal, kannst du mir helfen? Das ist was, was heute skaliert passiert. Also über Plattformen wie Mastodon, LinkedIn, ResearchGate, kann ich die Frage den ganzen 8 Milliarden Menschen stellen und hoffen, dass mir da jemand hilft. Und 70 Prozent von dem, was wir brauchen, hieß es in der Forschungsarbeit, haben wir durch Through Tough Jobs, heißt es im Original. Also der Chef sagt, hier hast du eine Aufgabe, mach das mal. Irgendwie muss ich mich da durchfummeln. Ich falle auf die Nase, ich google, ich frage Kollegen. Und da ist natürlich per se, wenn ich das in meiner Arbeit rausfinde, haben natürlich alle anderen in der Organisation erstmal noch gar nichts davon. Also die Frage ist, wie bekomme ich dieses Wissen dann in die Breite und sorge dafür, dass eben nicht jeder die gleichen Fehler wieder macht und die gleichen Räder neu erfindet. Genau, müsst ihr nicht die einzelnen Begriffe lesen, aber was das Thema Wissensmanagement für uns in der Praxis sehr schwierig macht, ist, dass man die Verantwortlichkeit nirgendwo klar zuordnen kann. Ich weiß nicht, wer kennt das Bild von dem Elefant und den blinden Männern? Manche nicken, ja, so, nicht so viele, dann erkläre ich es kurz. Also die Männer sind alle blind und die fassen an irgendeiner Stelle vom Elefant. Und für den einen ist quasi der Elefant wie so ein hartes, langes, spitzes Ding, weil der halt gerade am Stoßzahn anfasst. Und für den anderen ist es irgendwie eine große, ledrige Fläche. Und so ähnlich ist es in der Organisation. Wenn ich jetzt im Personal bin, dann beschäftige ich mich vielleicht mit New Ways of Learning und Social Learning und digitalem Lernen und Web-based Training. Wenn ich irgendwie im Projektmanagement bin, dann beschäftige ich mich mit Agile und Scrum und solchen Sachen, Safe Framework. Wenn ich in der IT bin, dann führe ich Office 365 ein und so weiter und so weiter. Und all das hat natürlich in Fragmenten mit Wissensmanagement zu tun, aber es ist halt alles nur ein Teil davon. Und es gibt nirgendwo so eine Art Konsolidierungsstelle, die da eine ganzheitliche Sicht drauf abbildet. So ein bisschen wie in der Politik. Irgendwie jedes Mal das Gefühl, jedes Ministerium hat was mit Digitalisierung zu tun, aber so richtig das große Bild entsteht nicht, was wir da eigentlich tun müssen. Und das ist in der Praxis und auch jetzt in Organisationen wie bei euren, die traditionellen Stabsstellen, die sich halt in Firmen rausgebildet haben. Die haben halt Finanz und Personal und Recht und Facility Management. Und alle haben quasi Teile des Wissensmanagements bei sich, aber irgendwie muss ich es schaffen, die zusammenzubringen zu einer gemeinsamen Sicht. Genau, was gibt mir Zuversicht, dass das ein Thema ist, was sich weiter verbreiten wird, was so nicht am Ende ist. Wir hatten in 2015 war es, in der ISO 9001, das ist so die, kann man sagen, traditionelle Management-Norm, Qualitätsmanagement-Norm, die, wenn ich heute für Audi als Lieferant arbeiten will, ich auf jeden Fall erfüllen muss. Also wenn ich kein ISO 9001-Zertifikat habe, dann darf ich nicht mal C-Lieferant sein. Heißt nicht, wenn ich es habe, dass ich automatisch A-Lieferant bin, aber das ist so ein Minimalstandard. Und die haben 2015 dieses sehr, sehr kleine Kapitel eingefügt, also das ist wirklich das ganze Kapitel, mehr steht da nicht drin, Wissen der Organisation. Und im Kern ist es aber so ein bisschen wie bei den zehn Geboten, das ist sehr schlagkräftig. Also wenn man sich diese vier Forderungen mal durchliest und die überall umsetzt, auf allen Prozessen, die man hat in der Organisation, ist man schon ziemlich weit, was Wissensmanagement angeht. 2018 ging es eine Stufe weiter, da kam quasi von der ISO die 30401 raus, das ist quasi eine dedizierte Wissensmanagement-Norm. Ja, das sind so 20, 25 Seiten, die auch Details beschreiben. Also wie ist es organisatorisch zu verankern, wie sieht Governance aus, wie muss eine Wissensmanagement-Policy aussehen, und was hat es mit Mitarbeiterbeurteilung, Mitarbeitergesprächen zu tun. Also da kommt man ein ganzes Stück tiefer rein. Interessant auch, was ihr über die ISO-Zertifizierung so ein bisschen kennt, da gibt es ja immer so Technical Committees, wo dann aus den Nationen jeweils Menschen mitarbeiten. Also hier in Deutschland war das die DIN, haben glaube ich 92 Länder mitgearbeitet. Das Technical Committee, was an der Norm gearbeitet hat, war 260, was Human Resource Management ist. Was wichtig ist, dass man da nicht so eine technozentrierte Sicht reinbekommt, sondern eben auf den menschlichen Teil, nämlich den Teil der Organisation schaut, wo das Wissen wirklich sitzt. Das ist eher so die ISO-Seite, was so TQM und Exzellenz von Organisationen angeht. Also Business Excellence ist immer die Idee, was ist die beste Version der Organisation, die man sich irgendwie vorstellen kann. Auch da zum Beispiel gibt es hier das eine von acht Kriterien, durch Mitarbeiter erfolgreich sein. Die Mitarbeiter sind ermächtig zu handeln und teilen Offenwissen und Erfahrung miteinander. Also das ist so, was ich dort an der obersten Stufe nachweisen muss, wenn ich quasi EFQM dort die 100 Punkte bekommen will. Ja, dann hatte ich euch mal noch mitgebracht, was sind so die Basismodelle. Ich glaube, hier unten steht es. Wer da tiefer einsteigen will, es gibt eine Abhandlung, da wurden so 160 Modelle analysiert, aber das ist natürlich viel zu viel. Auch da wieder Teller-Spaghetti-Ansatz, was bleibt hängen. 96 Probst rum hat, sozusagen was sind die Kernbausteine eines Wissensmanagements-Ansatzes. Und das fängt irgendwie wie jedes gute Projekt bei den Zielen an. Also ich kann in der Regel nicht, wenn ich sage, wir müssen besser mit Wissen umgehen, dann nickt natürlich jeder. Aber wenn ich dann nicht scharf definiere, um welches Wissen geht es eigentlich, was für eine Art von Wissen, wollen wir das über Kommunikation übertragen, soll es dokumentiert werden, wer macht das eigentlich oder diejenige Zeit dafür. Also wenn die Ziele nicht scharf sind, dann landet man in so, naja, wir müssen mal die Suchmaschine verbessern, Projekten, die dann so mit der Gießkanne irgendwie sind, also Ziele. Dann entsprechend auch die Bewertung, also zu sagen, wenn man jetzt an etwas gearbeitet hat, wird es denn besser? Also wird die Einarbeitung neuer Mitarbeiter besser? Wird die Zeit, bis ich ein Produkt entwickelt habe, besser? Verkaufe ich mehr Dinge, weil ich durch mein Wissen besser bin als mein Wettbewerber? Solche Dinge. Und innen drin hat man dann quasi die Identifikation, also wie finde ich überhaupt Wissen? Ich habe in dem, die Paper nochmal gelesen von Uli Försterling und Wilko Grass, die haben eine Weile, spannend, was es davon noch gibt, so an diesem, ich klassifiziere mich in Wissensstrukturen rein, ich finde Ansprechpartnern zu Themen, also so Stichwort Yellow Paging, ich finde irgendwie Präsentationen, die jemand schon mal erstellt hat, die vielleicht nicht zu 100 Prozent zu dem passen, was ich brauche, aber vielleicht kann ich die Hälfte wiederverwenden. Also solche Dinge. Wissenserwerb. Wie kriege ich Wissen rein in die Organisation von außen durch Kooperationen, indem ich Mitarbeiter einstelle, indem ich Wissensprodukte kaufe, wie so ein Standard zum Beispiel für Wissensmanagement. Wissensentwicklung, wenn das Wissen noch nicht da ist, da seid ihr natürlich mittendrin in Forschung, also da wird ganz viel neues Wissen erstellt, was ich dann natürlich auch teilen muss. Ich finde es smart, was Sie damals schon gemacht haben, hier eine Klammer hinzumachen, weil Wissensverteilung, lass mal sacken, was bei euch im Kopf entsteht, bei mir war immer bei Verteilung sofort dieses, ich schicke dir halt ein PDF per E-Mail. Und das ist was anderes, was man im Englischen meint mit Knowledge Sharing. Also dadurch, dass ich dir das PDF gebe, heißt das nicht, dass du das Wissen hast, was da drin ist. Wenn das so gehen würde, müssten wir unsere Kinder nicht mehr in die Schule schicken, sondern würden ihnen alle Schulbücher einmal geben und nach einem Schultag wäre sozusagen die Schule absolviert. Und man merkt schon, G9 auf G8, also schon wenn ich das irgendwie um ein Jahr komprimiere, fängt schon überall das Knarzen an. Also das finde ich gut, da eben zu sagen, Knowledge Sharing ist was anderes als Information Sharing oder Document Sharing. Ganz wichtiger Punkt. Dann natürlich, was heute früher auch Thema war, so die Nutzung auf der einen Seite ist für mich zu verwenden, aber natürlich dann kommt man auch in diese Schiene Schutz von Wissen, Verwertbarkeit von Wissen, Lizenzierung, Wissensprodukte. Und was gerade im Moment ein Riesenthema ist, ist Wissensbewahrung. Also was mache ich denn, wenn ein Projekt zu Ende ist, die ganzen Projektmitarbeiter gehen auseinander und in neue Projekte. Was mache ich, wenn jemand in Sabbatical geht, in Ruhestand geht, die Stelle wechselt. In der Regel geht dieses ganze Wissen in den Köpfen dann verloren. Und irgendwelche Nachfolgenden sitzen vor Mengen von Dokumenten und müssen sich irgendwie Rätselraten da durchwühlen und überlegen, was da sozusagen das Wissen ist, was da drin steckt. Das zweite Modell, was ich noch mitgebracht habe euch, ist die sogenannte Wissenstreppe vom Klaus Nord. Die finde ich ganz spannend, weil die mal so dieses Kontinuum da zeigt von irgendwie hier unten, so was teilen wir eigentlich für Informationen in unseren Teams-Channels, was schreiben wir in den Wiki rein, bis ich halt da oben über Wissen, Handeln, Kompetenz zu Wettbewerbsfähigkeit komme. Und diese zwei Pfeile, die werden oft nicht mit beachtet. Ich finde die aber total wichtig, die Unterscheidung zwischen operativen und strategischem Wissensmanagement. Das Operative ist wirklich so dieses, was brauche ich denn eigentlich für Dokumente, wer pflegt die, wie halte ich die auf den Stand, wie sorge ich dafür, dass am Ende vom Projekt Lessons Learned aufgeschrieben werden. Und das Strategische sagt aber, welches denn das Wissen, was wir brauchen, damit wir auch in 10 oder 20 Jahren noch erfolgreich sind. Und das kann total widersprüchlich sein. Das kann sein, ich schreibe irgendwie super Lessons Learned zu Projekten auf, in Themen, die aber völlig irrelevant sind in 5 oder 10 Jahren. Und das ist was, wo man eben auf der einen Seite von eher einem strategischen Top-Down-Ansatz spricht und sagt, was ist denn so das relevante Wissen, was wir brauchen. Und das andere ist eben eher das Bottom-Up-Thema. Wir haben noch so zur Vereinfachung ein Modell uns gebaut. Das greift was auch von dem Stephen Covey, also Zeitmanagement Stephen Covey, 90er Jahre. Der hat so im Anhang mal geschrieben von Mindset, Skillset und Toolset als drei Dimensionen, wie ich mich selber entwickle. Also Toolsets sind so technische Tools. Damals war das auch noch viel diese, wie sind die Filofax mit Copy-Format innen drin. Also so Werkzeuge, die ich verwende. Skillsets sind Fähigkeiten und Fertigkeiten. Mindset ist Haltung und Werte. Und das Interessante ist, dass ganz, ganz viele Wissensmanagement-Projekte hier ansetzen. Also mal so auf der Suche nach dem nächsten Tool. Die nächste Suchmaschine wird es richten, das nächste Wiki, das nächste Dokumentenmanagement-System. Wenn ich das aber, also auf der einen Seite nicht dafür sorge, dass Leute auch wissen, wie geht man dann mit so einem Wiki um? Wie funktioniert das? Wie dokumentiere ich da vernetzt? Und vielleicht aber noch wichtiger, das Mindset, also dass es mir wichtig ist, mein Wissen mit euch zu teilen, dass ihr das nutzen könnt. Und dass ich die Offenheit habe, über meine Fehler zu sprechen und zu sagen, Mensch, das habe ich aber richtig verbockt. Ich will, dass ihr nicht das Gleiche, den gleichen Fehler macht. Dann würde ich sagen, an dem links oben wird am wenigsten gearbeitet in den Wissensmanagement-Projekten. Das ist aber das Erfolgskritischste. Weil wenn ich das irgendwie gut hinbekommen habe in so einem Kreis von Leuten, die Wissen teilen, die machen auch auf einem ganz billigen File-Server-Tool coole Sachen. Während umgekehrt, wenn ich für viele Millionen teure Wikis und ESNs und so weiter einkaufe und habe das Mindset aber nicht, habe überall Silo-Bildung, Fehler machen ist stigmatisiert, ich nehme mir keine Zeit, um Wissen zu teilen, dann wird da auch nicht viel passieren. Und deswegen haben wir irgendwann mal rund um den Covey außenrum noch das Frameset gelegt und haben gesagt, bei diesen Regeln und Normen kann ich als Organisation total viel tun. Dass ihr euch heute einen Tag Zeit nehmt, um euch mal mit dem Thema zu beschäftigen, ist eine Rahmensetzung, die andere Institute vielleicht nicht haben. Dass ich auf Ebene von Projekten sage, welche sind für mich so kritisch, dass eine saubere Retro stattfinden muss und ich hinterher überlege, welche der Erfahrungen muss ich denn teilen an einen anderen Standort, in ein anderes Institut, veröffentlichen, wie auch immer. Da kann man ja extrem viel machen. Genau, ich hatte mal noch rausgezogen aus der Diplomarbeit, was damals der Toolstack war, mit dem wir uns beschäftigt haben. Da muss ich schon fast ein bisschen schmunzeln. Also das war so die Shortlist der Werkzeuge. Wir haben uns damals dann schon gesehen, dass irgendwie Tools selber zu bauen sehr, sehr aufwendig ist. Also Make or Buy war damals im Mittelpunkt gestanden und wir haben uns für das Soap entschieden als Applikationsplattform. Ich weiß gar nicht, wie lange das existiert hat. Zehn Jahre. Also dann hat es gerade gar nicht so kurz überlebt, immerhin. Das heißt, da sind wir heute eigentlich in einer komplett anderen Welt. Zum einen mal, wenn man in so moderne Intranets schaut, dann hat man eine Vielfalt von Systemen. Wir haben mal mit so acht Firmen zusammen, also rauskristallisiert, was sind eigentlich die Kernkategorien. Also es gibt so, wie ihr jetzt gesagt habt, Confluence, Wiki-Plattform. Es gibt so Groupware, also für Zusammenarbeit, sowas wie Teams oder Slack oder so Metamost. Newsletter werden noch verschickt. Es gibt so Intranet-Portale. Was ich raus höre, habt ihr euer Intranet-Portal auf Wiki umgesetzt. Also gibt es dann auch so Kombinationen. Es gibt soziale Netzwerke. Also das ist auch spannend, so diese Facebook-Linked-Idee auf Organisation übertragen, wo ich sage, ich habe mein Profil, ich schreibe da mal rein, wenn ich was gemacht habe, dass andere mir folgen können und von dem, was ich schreibe, profitiere. Da war jetzt, dadurch, dass Elon Musk Twitter tot gemacht hat, kam da eben auf LinkedIn, auf ResearchGate, auf Reddit, auf Mastodon gewisse Bewegungen. Und das ist natürlich auch in Organisationen. Also viele große Unternehmen haben solche sozialen Netzwerke. File-Sharing nach wie vor ein Thema. Auch oben das ganze Thema Audio, Video. Spannend. So nicht alles aufzuschreiben, sondern bestimmte Tasks oder Videos zu Erfahrungen oder Podcasts. Wir machen sehr viel mit Podcasts. Erfahrungen zu Projekten mit Podcasts. Eben auch so, man könnte sagen, intern im YouTube oder intern im Spotify zu publizieren. Also da hat sich extrem viel getan in den Intranets. Und umgekehrt hat sich natürlich auch auf den digitalen Arbeitsplätzen der Leute sehr viel getan. Wir haben bei Audi mal, das ist schon lange her, eine Analyse gemacht. So ein Konstrukteur, der hat mit 76 Tools auf dem Arbeitsplatz zu tun. Und das sind, zum Großteil sind das Fachtools. Und da kommt ja diese ganze Kategorie, was weiß ich, da wo ich früher vielleicht noch in mein Notizbuch geschrieben habe, nutze ich heute OneNote oder Obsidian oder Roam Research. Ich baue mir mit einem Mindmapping-Tool eigene Wissenslernkarten. Ich habe Feedreader, um News zu lesen, damit ich nicht immer auf die Wiki-Seite gehen muss und dort nachlesen muss, sondern die News kommen zu mir. Und da ist man sehr schnell in so einer Situation, wo eine Organisation kauft vielleicht eine Office 365-Lizenz ein für die Mitarbeitenden. Und auf einmal stehen da 40 Tools zur Verfügung, die diese Plattform bietet. Und die Leute sagen, ja, was mache ich jetzt damit? Wo mache ich meine Tasks? Wo sind die Team-Tasks? Wo schreiben wir unsere Erfahrungen auf? Also man braucht ganz viel Medienkompetenz in Breite, um damit dann eben auch sinnvoll umgehen zu können. Genau, dann komme ich mal zu diesem Problem der Wissensinseln. Ich finde, der Willibert Schleuter, der hat in seinem Buch hat das ganz schön dargestellt. Aus der Historie bauen wir Organisationen als Hierarchien. Wo kommt das her? Das kommt einfach daher, dass je nachdem, in welchem Kulturkreis wir sind, also bei uns hier im deutschen Sprachraum sehr viel Max Weber Bürokratie-Theorie. So hat man Militär und Behörden aufgebaut. Im Französischen ist es, glaube ich, mehr Henri Fayol ist da einer der Autoren. Also man hat eigentlich immer dieses Konstrukt, ganz oben muss einer verantwortlich sein. Und dann gibt es eine klare Befehlskette, klare Hierarchie, klare Zuordnung. Und das heißt, es gibt zum Beispiel das Phänomen der Fayolischen Brücke. Fayolische Brücke heißt, da komme ich nicht hin, wenn sozusagen Menschen über die, also durch die Hierarchie und durch miteinander sprechen, das war früher strafbar. Also es gibt Geschichten von Daimler, wo Leute entlassen worden sind, weil jemand sozusagen mit einem Mitarbeiter aus einer anderen Abteilung direkt Kontakt aufgenommen hat und das nicht über die Kette sozusagen des Chefs gegangen ist. Und der Professor Koch von der Universität der Bundeswehr in München, der hat mal was Schlaues gesagt, finde ich, ja gesagt, wir müssen zwar Entscheidungs-Hierarchien beibehalten, aber wir müssen die Informations-Hierarchien abreißen. Also das heißt, klar ist irgendwie jemand verantwortlich für etwas, für ein Budget, für ein bestimmtes Thema, das werden wir behalten. Aber wenn wir in die ganze Welt darunter schauen, leben wir in ganz vielen Netzwerkorganisationen, weil wir Projekte machen miteinander, weil Projekte sich wieder auflösen, weil Leute temporär von extern dazukommen, weil es Taskforces gibt. Und dafür muss ich sozusagen auch die Organisation vorbereiten und das Wissen teilen vorbereiten. Und ich darf nicht mehr in diesen alten Silos denken. Die haben wir aber an vielen Stellen noch, weil ich meinetwegen irgendwo hinkomme und da gibt es ein Abteilungslaufwerk immer noch. Oder es gibt einen Abteilungs-E-Mail-Verteiler und der ist so konfiguriert, dass da nur die Abteilung darauf Zugriff hat. Also wir haben ganz viel Need-to-Know-Prinzip. So wer muss das denn wissen? Und das tut sich entlang dieser Hierarchien eben konfigurieren. Und wir brauchen sehr viel mehr Open by Default, nennt man das. Also zu sagen, das ist alles offen, außer es gibt einen guten Grund. Datenschutz, NDA mit dem Kunden, solche Dinge. Gab es eine spannende Bewegung nach 9-11? 9-11 haben die amerikanischen Geheimdienste bei sich die Erkenntnis gehabt, dass sie eigentlich das Wissen 9-11 zu verhindern bei sich gehabt hätten. Aber es war halt verteilt auf Inseln. Und was sie seitdem machen, ist quasi Open by Default zum Beispiel auf dem E-Mail-Verkehr. Das heißt, wenn ich vom FBI eine E-Mail schreibe, dann ist die standardmäßig so klassifiziert, dass ein NSA da reinschauen kann. Und nur wenn ich sage, das darf jetzt aber nur FBI oder nur der Verteilerkreis, dann schränke ich es ein. Und das ist genau der Weg von Need to Know. Also ich schreibe drei Leute in Verteiler, nur die drei wissen das hinzu. Alle dürfen es wissen, außer es gibt einen guten Grund. Und diese Inseln haben wir natürlich auch im Kleinen, also ich nenne es immer so ich als Wissensinsel, und das ist gar nicht mal mutwillig, sondern einfach, man ist halt in seinem Tagesgeschäft, man macht seine Notizen auf den Zettel, man überträgt sie nicht irgendwo hin, wo jemand anders die lesen kann. Also das heißt, es gibt viele Gründe, es nicht zu teilen. Der European Guide for Good Practice in Knowledge Management hat mal die Hauptbarrieren der Wissensteilung aufgedeckt. Da kann ich, da ist die Quelle nicht drin, die packe ich euch noch rein. Und mit ganz, ganz weitem Abstand vorne ist Zeit und Priorität. Also das nicht Fehlen von Tools oder sowas. Das ist einfach dieses, ich habe einen Arsch voll Arbeit und wenn ich mich jetzt da nochmal hinsetze und meine Erfahrung aufschreibe und vielleicht noch zum Wolfram gehe und sage, Mensch, das ist doch was, da habe ich gehört, das Problem hast du auch, lass uns mal drüber sprechen. Dann sage ich vielleicht, ich habe gar nicht die Zeit dazu, weil ich habe schon wieder ein anderes Projekt zu tun. Und der Wolfram sagt, störe mich nicht, ich muss am Freitag das und das abgeben. Und das ist, glaube ich, was sich die Zeit dafür zu nehmen, so wie wir unseren Kindern die Zeit geben, in der Schule zu lernen. Das ist, glaube ich, das Nummer eins Thema, an dem man arbeiten muss. Und erst dann ist die nächste Frage, welche Tools und welche Formate und welche Methoden sind spannend. Was wir oft noch sehen, ist dieses Unterschied zwischen dem Sagen und dem Tun des Managements. Also ganz oft so sehr schicke Top-Down-Folien vom Vorstand. Wissen teilen ist wichtig und wir haben doch dieses tolle Wiki, schreib doch da mal Erfahrungen zu Projekten rein. Geht man die mal durch und sagt ja so, Vorstand eins, wann hast du denn das letzte Mal ins Wiki geschrieben? Vorstand zwei, wann hast du da reingeschrieben? Stellen wir fest, die machen das einfach nicht. Wenn die das nicht machen, dann machen das auch alle anderen nicht. Und das ist auch ein riesengroßes Thema, dass sich eben oft Management da ausklammert und das nicht tut. Und da eben auch dieses, bei Strategien zum Beispiel, dieses so, was haben wir uns vorgenommen als Strategie, was hat nicht geklappt, wo sind wir gescheitert? Da kann man extrem viel daraus lernen. Es gab von der Zeitschrift Brand 1, mal eine Spezialausgabe zu Fehlern, so ein Fehlerforscher. Und der hat gesagt, in dem Artikel, ganz spannend, aus seinen Interviews mit den Führungskräften ist sein Gefühl, er würde die im Interview eher dazu bekommen, über ihr Sexualleben zu berichten, als über Fehler. Weil das so stigmatisiert ist. Und damit ist natürlich, Fehlerkultur bin ich mitten in Wissensteilungskultur. Weil neben den vielen Sachen, die gut klappen, steckt natürlich ganz viel auch drin in Dingen, die nicht klappen. Wenn ich nicht die Kultur habe, darüber auch zu sprechen, das zu teilen und das nicht ein Problem wird für mich, sondern alle mir auf die Schulter klopfen und sagen, super, dass wir den Fehler nicht machen mussten, weil du hast ihn schon gemacht, dann habe ich da ein Problem. Und weiß ich nicht, ich sehe das in der Praxis eigentlich immer nicht so sehr, aber dieses geflügelte Wort Wissen ist Macht ist auf Platz drei gelandet. Also, dass ich sozusagen durch den Wissensvorsprung in der Organisation mir eine gewisse Machtposition erhalte und wenn ich die halten will, dann teile ich natürlich mein Wissen nicht, um da im Wettbewerb nicht die Nase nach hinten zu bekommen oder noch schneller lernen zu müssen, um den Vorsprung auszubauen. Ich würde jetzt gerne noch eines machen mit euch, damit ihr das vielleicht auch heute Nachmittag in den Gruppen verwenden könnt. Ich habe mal, das ist alt, das war übrigens die Methodenauswahl, die wir damals für die Diplomarbeit verwendet haben, also über das eine haben wir gerade schon gesprochen, Yellowpage-Dienst, also das heißt quasi, Whitepage ist bei uns das klassische Telefonbuch, ich habe einen Namen, kriege die Telefonnummer, Yellowpage ist die Rückwärtssuche. Ich habe das Thema und finde, wer weiß was dazu. Vorhin kamen damals dezentral verwaltete Webseiten, das ist ein Riesenproblem in vielen Intranets, wenn ich so einen ganz zentralen Ansatz auf Intranets habe, dann habe ich wenig Leute, die für viele schreiben und damit fallen die ganzen Nischenthemen unten runter. Das Wissen, was ich vielleicht suche, ist zu einer Workstation oder zu MATLAB irgendein bestimmtes Problem und darüber schreibt aber keine Kommunikation, weil die muss ja für alle Mitarbeitenden irgendwie was machen, so wie die Tagesschau für alles sein muss und das ist sowas, was das Wiki auf die Spitze treibt, weil das Wiki sozusagen dezentral bis auf den einzelnen Mitarbeitenden ist. Jeder kann seine eigene Intranetseite da schreiben. News-Bereiche waren Thema, die persönlichen Bereiche, dieses Profile ist angesprochen worden, wie finde ich eigentlich Leute zu Themen, wie kann ich eigene Inhalte publizieren, so meine eigene Website im Internet oder im Intranet, datenbankgestützte Anwendungen kamen und Suche, Suche ist auch so ein Evergreen-Thema seit 20 Jahren, finde ich, ist jetzt mit Microsoft 365 ein bisschen besser geworden, weil ich einfach out of the box quasi eine Suchmaschine habe, die erstmal über alles sucht, ohne dass ich große Technikprojekte machen muss. Also das war, wenn es interessiert, kann danach mal reinblättern. Und ich habe jetzt mal bei uns über die Projekte geguckt, was sind denn so die Top 10 Themen, die dort eigentlich immer getrieben werden. Und ihr werdet, ich mache jetzt gleich mal so einen schnellen Durchlauf durch die 10 Tools, werde die nur sehr kurz vorstellen, ich glaube, sie sind ausgedruckt dann für die Breakout-Räume später auch verfügbar. Wer ein Smartphone oder irgendwie Endgerät mit Internet hat, am Ende habe ich so eine kleine Mentimeter-Abstimmung, wo wir die kollektive Intelligenz mal nutzen, um zu sehen, wo seht ihr denn das größte Potenzial drin. Und da gehe ich jetzt einfach mal durch. Also zunächst mal, was ich immer für wichtig finde, ist, sich Überblick zu verschaffen, um welches Wissen geht es eigentlich. Wenn ihr in die Wikipedia schaut und seht oben den Kategorienbaum, dann hat man dort die neuen Portale von Geschichte über Kunst, Technik, Gesellschaft. So dieses, was sind eigentlich die Themen, zu denen ich Wissen entweder dokumentieren will, wo ist der Ort oder wo finde ich etwas. Und entlang dieser Wissenslernkarte muss ich dann zugreifbar machen, wo sind Dokumente, Inhalte, so ein bisschen wie in Wikipedia das Prinzip, keine Aussage ohne Beleg. Also hinter der Wikipedia-Seite ist dann ein verlinkter Forschungsbericht oder Zeitschriftenartikel. Oder ich finde die Person, die mir dazu helfen kann. Und ich habe oben euch mal den Screenshot rein. Das war die allererste Version der Wissenslernkarte von Schaeffler. Das, was ihr da so rot eingezeichnet seht, ist das Firmengelände von Schaeffler, wo man so gedanklich quasi eher die internen Wissensgebiete reingemalt haben, Organisation, Fachgebiete, Methoden, Produkte. Und außen steht so etwas wie Kunden, Märkte, Wettbewerber, Technologien, Gesetze. Und dann wurde das halt in Form von so einer Mindmap strukturiert und dann verwendet, um das Wiki danach zu strukturieren. Also das halte ich für ein, wenn ich irgendwas finden will, ist immer wie beim Wandern Landkarte ein guter Ansatz. Das zweite ist das Thema Wiki. Wer das weiß, der Begriff kommt ja von den Wiki-Wiki-Bussen im Hawaiianischen. Das sind die Busse, die mich am Flughafen schnell von A nach B bringen. Und warum heißt das schnell? Weil jede Wiki-Seite unabhängig von meiner Rolle einen Bearbeiten-Knopf hat. Wenn ich irgendwas weiß, drücke ich da drauf, schreibe es rein, drücke auf Speichern und bin fertig. Also alles, was man so von Informationssystemen gewohnt ist, ich brauche erst eine Berechtigung und dann gibt es einen Workflow und dann muss ich auf die Redaktionssystemschulung gehen, fällt da alles weg. Jeder, der Zugriff auf das Wiki hat, wir haben damals bei Schaeffler gesagt, egal ob er Vorstand oder Azubi ist, kann dort mit gleichen Rechten agieren. Und was das Spannende ist, wenn man, wir haben dann mal so Wiki-Strukturen analysiert, das heißt, jeder Punkt hier ist eine Seite, dann sieht man eigentlich so aus der Wissenslangkarte die Cluster-Bildungen und man sieht vor allen Dingen, dass die Strukturen, die da entstehen, nicht hierarchisch sind, sondern die sind viel mehr, als wenn wir einen Scan von unserem Gehirn machen würden. Also die sind netzartig, weil ein Wiki typischerweise keinen Knopf hat, neue Seite anlegen, sondern ich muss immer überlegen, wo passt das thematisch dazu? Dort setze ich den Link und dann ist sozusagen mein neues Wissenselement, mein neuer Inhalt direkt in das Netz eingehangen. Und so gibt es auch keine Erinnerungen bei uns im Hirn oder Gedanken, die sozusagen unvernetzt sind mit anderen. Fun Fact, Siemens Wissensmanagement-Projekt, hatte ich vorhin glaube ich gesagt, seit 96 gibt es das. Das Wiki ist das einzige, was bis heute überlebt hat von den Ansätzen. Also das ist auf jeden Fall ein Evergreen-Thema. Deswegen ist gut, dass ihr eins habt. Dann diese ganze Schiene Weblogs. Also da seid ihr ja als Institut, dass es sowas wie Podcasts gibt, nicht ganz unschuldig dran. Weblogs gab es glaube ich seit Mitte der 90er Jahre. Im Prinzip ein Tagebuch, da kann ich reinschreiben. Das Wichtige daran war, dass es nicht nur eine Webseite ist, sondern über ein RSS-Feed kann ich es abonnieren und damit drehe ich quasi den Informationsfluss um. Das Erste, was ich Vormittag mache bei einem Kaffee, ist mir meinen Newsreader anzuschauen und zu schauen, was in den Blogs überall alles auftaucht. Ich würde mir nie die Zeit nehmen, die ganzen Webseiten durchzuklicken. Dadurch, dass man gesagt hat, man hängt an diesen RSS-Feed, einfach eine MP3 oder MP4 oder 3 dran, wären daraus Podcasts. Die hießen früher mal Audioblogs, bevor Steve Jobs den iPod eingeführt hat. Oder eben Vlogs, das heißt Videoblogs. Ganz viele setzen eben heute Spotify mit Podcasts synonym oder YouTube mit Vlogs. Aber im Kern ist das alles Blogging. Ich schreibe Tagebuch. Da vorne sehe ich eins. Du schreibst die Notizen da rein. Was will ich mir merken? Was greife ich auf? Was habe ich gelernt? Und das ist quasi so der Übergang vom Papierinnen zum digitalen Tagebuch, wenn man so will. Was man, und das ist wichtig, für sich selber erst mal schreibt. Also die Idee von Weblogs ist nicht, dass man sagt, aber das ist doch der Job der Kommunikationsabteilung, die News zu schreiben. Es gibt den Spruch, Lernen durch Lehren. In dem Moment, wo ich sage, wie würde ich denn das, was ich jetzt gelernt habe, jemand anderem vermitteln, lerne ich, durchdringe ich das für mich viel mehr. Also ich blogge für mich und als Abfallprodukt kann es jemand anderes auch noch lesen. In jedem Gespräch, was ich in einem Podcast führe, lerne ich was für mich und dadurch, dass es im Internet steht, kann jemand anders davon profitieren. Genau, das Gleiche auf der Bildschirmebene, also ganz viele Sachen, wie geht man mit komplexer Software um, SAP, Konstruktionssoftware, das ist total mühselig, da ellenlange Handbücher zu schreiben. In dem Moment, wo ich es geschrieben habe, ist es schon wieder nicht mehr aktuell. Da ist mittlerweile die Technologie so weit, dass ich mit Bordmitteln, sei es PowerPoint oder OBS oder oder, ganz, ganz einfach Screencasts erstellen kann und in vielen Organisationen gibt es eben so interne YouTube-artige Plattformen, sei es Kultura, Microsoft Stream, auf denen man sowas dann auch publizieren kann. Wenn ich eine Wissenslangkarte wieder habe, packe ich die in das Verschlagwortungssystem, dann hat jemand MATLAB abonniert und kriegt sofort eine Mitteilung, hier gibt es ein neues Video, Erklärvideo zu MATLAB meinetwegen. Das ist was, das ist kein Tool, sondern eher so ein Verhaltensmuster. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, TIL, Today I Learned. Ist das schon mal jemand gehört? Da hinten, einer, zwei, drei. Sehr gut. Also ich weiß nicht, ob das die Quelle ist, Reddit, ich habe es auf Reddit das erste Mal gesehen, das Reddit-Board Today I Learned. Und das ist quasi eher was Kulturelles, zu sagen, ich denke jeden Tag darüber nach, was habe ich heute gelernt und dann schreibe ich einen kurzen Beitrag dazu. Und auf den sozialen Medien, da gibt es ja überall diese Hashtags, also so Gartenzaun und da hat sich eben der Hashtag TIL durchgesetzt. Und das heißt, wenn man jetzt intern so ein soziales Netzwerk hat, das zu treiben als Initiative, zu sagen, jeder schreibt dort einmal am Tag auf, was er gelernt hat, bringt mich auf der einen Seite in so eine Routine der Wissensteilung. Ich muss selber für mich reflektieren, was habe ich denn heute eigentlich gelernt und was fehlt mir noch? Und für neue Leute ist es eine total spannende Geschichte, da mal so quer zu schauen, da ist natürlich nicht jedes Learning, was da drin steht, was für mich relevant ist. Aber ich kriege so einen Einblick in den Pulsschlag des Lernens der Organisation. Also was treibt die Leute um? Und das ist was, wenn man solche Plattformen hat, ich weiß gar nicht, ob es in Confluence auch geht, so Microblogs, also Microblogs, sozial-netzwerkartige Plattformen, ist das was, was total gut ist, um diese Kultur des Teilens zu pushen mit was sehr kleinem. Weil darüber nachzudenken, kostet mich eine Minute, dann so einen fünfzeiligen Post zu schreiben, kostet mich nochmal eine Minute. Das sind zwei Minuten meiner Arbeitszeit. Und man sieht jetzt da, ich weiß nicht, ob ihr das seht, die Leute, die das hier schreiben, die haben ja ganz oft tausende von Likes und Kommentaren. Wenn man das macht, kommen da sozusagen auch Feedbacks zurück, wo jemand sagt, ah, das hatte ich auch mal, habe ich so gemacht. Dann kommt man selber auch nochmal auf neue Ideen. Ja. Klar. Klar. Also es gibt viele, die zum Beispiel in OneNote oder Obsidian so eigene Lerntagebücher schreiben. Also die Routine des Journalings ist eigentlich die wichtige Routine. Und dann zu sagen, mache ich es für mich, mache ich es für die Abteilung, mache ich es für die ganze Organisation, mache ich es für die Welt, ist eine zweite Frage dahinter. Ich finde es halt motivierend, es so öffentlich, also wieder Open by Default, so öffentlich wie möglich zu machen, weil man sehr schnell, das kann man nicht versprechen, dass es beim ersten oder zweiten Mal passiert, aber sehr schnell kommt da was zurück. Entweder Leute sagen, wertschätzend ist heute früh gefallen, danke, dass du das geteilt hast, da bin ich nicht auf die Nase gefallen. Oder auch jemand sagt, ah, du hast das gelernt und machst es so. So geht es noch viel besser. Also man profitiert mehr, wenn man andere Leute in dem Netzwerk mit reinzieht. Genau, andere, weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt, Working Out Loud, das ist so eine Bewegung, die ist entstanden nach dem Einzug von Web 2.0 Tools in die Organisationen, ist sozusagen die Grundhaltung, die eigene Arbeit sichtbar zu machen und darüber zu erzählen. Also eigentlich könnte man sagen, so ein Open Source Ansatz für die eigene Arbeit, wo man eben sagt, so standardmäßig ist nichts verschlossen in meinem OneDrive oder in meinem persönlichen Ordner, sondern die Sachen sind public, die sind auf meiner Intranet-Seite verlinkt. Plus, ich spreche auch darüber, was mache ich gerade, was klappt nicht, was hat funktioniert, ich teile Ergebnisse. Wenn ich da bei, Schaeffler war das früher schon so, Audi heute, wie viele Diplom-Studienarbeiten sind da gemacht worden, in Neckars, um am Standort in Ungarn, in Mexiko, in Ingolstadt, die das gleiche Thema hatten, einfach weil die Leute gar nicht wussten, dass woanders auch da dran gearbeitet worden ist zu dem Thema. Und da zu sagen, man hat das sozusagen public, öffentlich verfügbar, working out loud is observable work plus narrating your work, das finde ich eine total spannende Geschichte. Drei sind es, glaube ich, noch. So ein Evergreen im Business Management, Communities of Practice. Wir sind ja, weiß ich nicht, wie bei euch das Organigramm aktuell aussieht, aber typischerweise hat man ja so irgendwas so Großes wie Geschäftsbereiche, Business Units und dann drunter gibt es so Hauptabteilungen, Abteilungen und dann Projektprogrammstrukturen. Aber es gibt in der Regel im Organigramm keinen Typ Organisationsform, die sich mit einer Praxis, die ich mache, oder mit einer Tätigkeit beschäftigt. Also bei Audi zum Beispiel alle, die Vorderachsen konstruieren. Die sind verteilt über, was weiß ich, Konstruktion des Baukastens, Konstruktion A4, A6, Q4, Q6 und so weiter. Das heißt, die laufen sich eigentlich nur in Projektterminen über den Weg und tauschen sich selten mal über das Thema Aluminiumleichtbau oder Kleben statt Schweißen oder so aus. Und da hat man eben, das ist, glaube ich, auch 1998 schon ist das entwickelt worden, sozusagen gesagt, man braucht eigentlich mit dem Konstrukt Communities und vielleicht seid ihr sowas ähnliches wie eine Community ja auch in der Rolle als Senior zum Beispiel, Orte, wo ich mich außerhalb der Organisationsstrukturen eben zu Themen und zu Tätigkeiten austauschen. Ja, dann auch so ein Evergreen geworden mittlerweile, hatte ich, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, Expert-Debriefings. Also so der Ansatz, viele Organisationen haben Onboardings standardisiert, wo man sagt, so wie arbeite ich denn jemanden neu in die Organisation, kommt in ein Themenfeld ein, aber was die meisten noch nicht haben, ist ein Offboarding. Also klar, muss man im Offboarding den PC abgeben und das Smartphone abgeben und den Schlüssel abgeben, aber wo gebe ich denn das Wissen ab, was in meinem Kopf vielleicht noch gespeichert ist, was die Nachfolgenden brauchen. Und da gibt es eben auch eine weite Palette von Methoden, wo man sagt, man fängt eben an, teilweise ein, zwei Jahre, bevor jemand geht. Manchmal auch so Feuerwehraktionen, wir haben mit amerikanischen Firmen zu tun, da werden Leute gekündigt und sind in vier Wochen weg. Da muss man dann überlegen, was kriegt man in so vier Wochen noch unter. Aber da eben neben dem Onboarding systematisch auch ein Offboarding speziell mit dem Fokus auf Wissensübertragung zu machen. Und also, hier habe ich mal reingenommen, das von einem sehr frühen Schäffler-Projekt zu einem Konstrukteur, der hier ganz viel Artefakte und Geschichten gesammelt hat, was in der Entwicklung von der Produktlinie alles schiefgegangen ist. Und rund um die Geschichten, wenn er die den Neulingen erzählt hat, das Wissen natürlich ganz anders übertragen worden ist, als wenn jemand die Produktbeschreibung des aktuellen Produkts liest und diese Vergangenheit, die Erfahrungen, die gemacht worden sind, alle überhaupt nicht kennt. Dann, vorletzte, Barcamps. Also, war schon mal jemand auf dem Barcamp? Einer? Zwei? Drei? Okay, nicht so viel. Barcamps nennt man auch Unkonferenzen, weil quasi der Prozess einer Konferenz auf dem Kopf gedreht wird. Das heißt, bei einer Konferenz ist das so, es gibt ein Jury oder Programmkomitee, die lädt ein, Call for Participation, schicken ein Paper hin, die Jury entscheidet, was ins Programm kommt. Ich fahre da hin und habe ein fertiges Programm. Beim Barcamp macht man das Programm mit den Menschen vor Ort am Tag der Veranstaltung. Also, das heißt, die, die ein Barcamp organisieren, sagen nur, hier sind vier Räume, auf die wir uns verteilen können. Es gibt eine Session, also eine Runde, die startet um 10, eine um 11, eine um 13, eine um 14. Vier Parallelen. Ich habe Zeit für 16 bis 20 Sessions, meinetwegen. Und dann, das ist so ein bisschen in dem Schaubild links angedeutet, komme ich da hin und habe auf meinen Zettel geschrieben, ich würde gerne Session machen zu Wissensmanagement mit Podcasts. Und dann wird demokratisch im Raum entschieden, per Handheben, interessiert das jemand? Ja oder nein? Wenn es genug Leute interessiert, kommen sie ins Programm. Wenn nein, sagt man, wir haben hier immer noch den großen Plenumsbereich, da könnt ihr über das Thema sprechen, aber wir packen es nicht mit ins Programm. Und so haben, also die ersten Barcamps waren glaube ich 2005, auch im Silicon Valley. Das hat sich aber sehr schnell über die Welt verbreitet, wird in Nürnberg das erste Barcamp 2006 und so gibt es eben hier Erlangen, Siemens Helsingier, Siemens Energy, Audi haben mittlerweile alle auch eigene Barcamps, teilweise auch thematisch getrieben. Also bei Audi gibt es das autonome Fahren Barcamp, wo alle, die irgendwie mit autonomem Fahren zu tun haben, zusammenkommen und sich dort treffen. Man kann es so komplementär sehen, es ist ein Veranstaltungsformat, was man oft in so Communities hat, komplementär zu vielleicht einem Online-Teil der Community. Und als letztes noch, kleiner Bruder des Barcamps sind Meetups. Ich weiß nicht, war schon mal jemand auf der Plattform meetup.com? Ja, ein, zwei, drei, okay, auch so handvoll ungefähr. Wenn ihr da drauf geht, dann könnt ihr im Prinzip sagen, ich bin in Nürnberg und interessiere mich für SQL und dann findet man irgendwo, was ist das Nächste dran, wo sich Leute regelmäßig, in der Regel ist das monatlich, zweimonatlich oder quartalsweise, dazu treffen und austauschen. Also die Telekom hat das intern zum Beispiel, da ist das Learning from Experts. Da können sozusagen alle Leute Themen einstellen und ich kann die Suchen finden. Hier in Nürnberg bei der Dativ, die haben den Siemens-Slogan geklaut, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, haben sie ihn, wenn Dativ wüsste, was Dativ weiß, umgemünzt. Und da gibt es halt regelmäßig Treffen, wo sie jetzt die Belegschaft sehr schnell in generative KI oder so ongebordet haben und sich da eben solche Meetup-Strukturen entwickelt haben. Damit würde ich sagen, das lassen wir mal so stehen. Können wir schauen, ob wir da in den Kleingruppen dann weiterarbeiten. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, auch für die vielen Fragen und die Interaktion und freue mich dann auf den Austausch in den Kleingruppen. Vielen Dank.